Ja Freunde, willkommen zurück bei einem weiteren Video, bei unserem tollen Drehtag heute, da entsteht das nächste Video. Und zwar geht es jetzt um den Astra K. Wir wollen uns die neuen Felgen anschauen, wo wir für den guten Kfz besorgt haben und die schon dran sind. Einfach um euch auch irgendwo vielleicht so eine kleine Felgenempfehlung zu machen, falls ihr euch nämlich jetzt irgendwie denkt, was könnte ich für Felgen an mein Auto tun. Und dementsprechend seht ihr jetzt mal ganz kurz, wie die aussehen. Genau, und wie gesagt, wir fangen uns einfach mal an. Gerne ein Video, ein Like und ein Abo da lassen und nach dem Intro geht es wie immer dann weiter mit dem Inhalt dieses Videos. Hallo, aber abonnieren und bis später. So ja, also wir sind hier an dem Felgen jetzt dran. Also das sind welche von Dezent, die sind auch 18 Zöller, so wie auch bei den Sommerrädern. Die sind jetzt praktisch in so einem Grafit, sage ich mal, also Seidenmatt auf jeden Fall. Sieht nicht schlecht aus, ist für den Winter ganz praktisch, vielleicht auch mit dem Schmutz, sieht man jetzt nicht unbedingt jeden Dreck dann da dran. Die haben jetzt, was, 130 Euro, ne? Ja, 130 Euro ungefähr bekommen hat die im Internet. 130 Euro pro Felge, was eigentlich schon echt ein sehr günstiger Preis ist, vor allem dann im Komplettset. Mit Teilegutachten. Mit Teilegutachten, jawohl. Das ist alles dabei, also du bekommst quasi so einen fetten Umschlag eigentlich mit. Also die Felgen sehen nicht schlecht aus, ihr kriegt jetzt paar Filmaufnahmen nochmal vom ganzen Auto und lasst gerne eure Meinung da, wie euch die Felgen gefallen. Eben ein kleiner Vorschlag für euch, vielleicht, falls ihr Bock habt, euch neue Felgen zuzulegen. Genau, und ja, sonst gibt es auch eigentlich nichts viel zu erzählen. Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!